Alhamdulillahi wa kaffa wa salatan wa salaman ala ibadihin ladin astafa nach der Lobpreisung Allah subhanahu wa ta'ala und da sprechen wir Segen und Frieden auf dem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bezeuge ich, dass keinem gibt, das Recht hat, an Gebete zu werden außer Allah, er ist alleine und einzig und bezeuge ich, dass der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sein Gesandter und Diener ist und dann Allah, der Erhabene, spricht über uns am Jenseits, wo Allah uns alle sanft und er sagt, und ihr werdet alle zu uns kommen, mit euch, einer, der euch führt und der andere, der Zeugnis über euch ablegt in diesem Dunya sagt Allah subhanahu wa ta'ala und wahrlich auf euch sind edlen Schreibenden sie wissen, was ihr tut und da sind die Engel, die an dem Tag bezeugen so sagt Uthman radiallahu alayhi wa sallam die erste Ayah jeder kommt mit einem Engel, der ihn führt zu seiner Vorstellung vor Allah subhanahu wa ta'ala und einer, der es bezeugt liebe Brüder liebe Geschwister im Islam an jedem Tag, am jüngsten Tag werden viele Zeugnis ablegen und Zeuge über uns sein die Propheten und Gesandten die Allah zu uns geschickt hat werden Zeuge sein über deren Volke über deren Nationen sie werden Zeugnis ablegen und diese Nation diese Ummah die letzte Ummah die Nation die nach dem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gekommen ist legt auch legt auch Zeugnis für die alle anderen Nationen und dies ist die Güte und die Gerechtigkeit von dieser Ummah sollte es in dieser und jenseits sein Allah subhanahu wa ta'ala sagt und so haben wir euch zu einer Ummah der Guten zu einer Ummah der Mitte das heißt der Gerechtigkeit gemacht damit ihr Zeugnis ablegt am jüngsten Tag über die Menschheit und damit diesen Propheten und diesen Gesandten auf euch Zeugnis ablegt aber so wie der Mensch ganz normal ist akzeptiert der Mensch diese Zeugnisse und trotz die Zeugen und alles nicht so überliefert uns Anas im Ummah radiyallahu anhu dass der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eines Tages gelächelt hat dann sagt er das heißt der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zu den Gefährten warum fragt ihr mich nicht was hat mich gebracht zum Lächeln dann sagt er fortlaufend danach ich bewundere mich wie viel in Diskussion und diskutabel der Mensch ist wie viel der Mensch immer versucht zu rausreden und alles rauszusuchen sagt er warlich am jüngsten Tag kommt der Diener zu Allah und sagt oh Allah oh mein Herr du hast mir versprochen dass es an ihm diesen Tag keine Ungerechtigkeit gibt an diesem Tag gibt es keine Ungerechtigkeit das wurde versprochen dann sagt Allah ja dann sagt er oh Allah oh mein Herr oh mein Herr ich akzeptiere keine Zeugung außer mich selbst ich will keine des Bezeugen dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala es hat es nicht gereicht dass ich der Zeug der Allbezeugnis bin Allah hat alles bezeugt Allah hat kennt alle Sachen Allah hat umfassendem Wissen und reicht nicht meine edlen Diener das heißt diese Engel die über dich alles bezeugt haben und niedergeschrieben haben und nichts verpasst haben kleines oder großes der Diener deshalb der Prophet muhamdulillah ist es wir wir auch jeder will sich retten jeder will sich retten sagt ich akzeptiere nicht außer Zeugnis von mir einem von ich ich muss bezeugen denn Allah subhanahu wa ta'ala lässt den Mund von dem Diener zugehen und es bezeugen seine Glieder wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt an jedem Tag legt Zeugnis das Gehör das Sehen die Hände Haut die Häute unsere Häute alles legt Zeugnis unsere Füße legen Zeugnis dann sagt der Diener so sagt der Prophet muhamdulillah nachdem diese Zeugnis belegt haben sagt Niedergang mit euch für euch habe ich gemacht weil viele Leute heute viele Menschen sagen heute ich bin frei ich mache meinen Körper was ich will ich tue was ich will was interessiert dich daran nein dein Gehör dein Sehen dein Körper dein Herz deine Glieder sie werden Zeugnis an jenem Tag ablegen gegen dich oder fühl dich mit Scharra für manche das ist nicht dass wir es besitzen wir haben es bekommen viele denken ich bin frei in meinem Körper mache ich was ich will ziehe ich an so wie ich will ich sogar bis heutzutage manche sagen ich kann in meinem Körper oder egal alles auswählen was ich will niemals das wurde dir gegeben mir gegeben hast du dir selber Augen und Ohren und Körper gegeben hast du dir selber Sehen und Ohren gegeben hast du dir selber Verstand gegeben sieh doch Leute die erst entzogen worden sind sie werden Zeugnis ablegen Allah subhanahu wa ta'ala spricht und ihr habt euch nicht versteckt und euch dafür nicht vorbereitet dass eure Gehör und eure Sehen und eure und eure Beine über euch Zeugnis ablegen werden vielmal habt ihr da gedacht dass Allah vieles von was ihr tut nicht kennt Allah subhanahu wa ta'ala sagt und wenn die Feinde Allah an jedem Tag vor der Feuer gestellt werden von aller Seite werden die gesammelt vor dem Feuer dann bezeugt über die deren Gehör deren Sehen deren Heute diese Haut überall ist Haut das werden reden was machen die dann sagen die es um den Haut jetzt sprechen die guck mal damit man weiß wer sind nicht eins sind sie zwei der spricht diese Menschen zu seinem Haut diesen Feind Allah spricht zu seinem Haut und sagt was hat dich gebracht zum Sprechen warum legst du Zeugnis was hat dich gebracht zum Sprechen dann diesen Haut antwortet und sagt Allah hat mich zum Sprechen gebracht genauso wie alle Dinge zum Sprechen gebracht hat deshalb liebe Geschwister diese sollten uns auffordern dass wir kontrollieren und schauen was wir tun diese Hände und Ohren und sehen was wir besitzen ist und wird am jüngsten Tag entweder für uns oder gegen uns Zeugnis aber auch im Guten damit man nicht denkt ob man schlechte nein im Guten Orte bezeugen Zeit bezeugt viele Sachen bezeugen der Prophet Muhammad sagt zu seinen Frauen einer von seinen Frauen von den Müttern der Mümine ihr sollt Allah Lob heißen und Allah einzig sprechen Tahrir und Taqdis und Allah subhanahu wa ta'ala loben und seid nicht unaufmerksam damit ihr nicht von der Barmherzigkeit Allah entzogen wird und tut dies mit den Fingern tut dies mit euren Fingern warum weil die sind die werden am jüngsten Tag gefragt und Zeugnis ablegen der Prophet Muhammad sagt der Muezzin der die Menschen zum Guten ruft weil er die Menschen weil er das Wort Allah hoch spricht Allah am höchsten spricht weil er die Menschen zum Erfolg zum Gebet ruft was passiert werden für ihm alles was ihn hört egal ob das trocken oder weich egal ob das lebendig oder unlebendig ist werden für ihm am jüngsten Tag Zäun das ablegen Allah subhanahu wa ta'ala sagt und der Himmel die so mit mit Buruj mit diesem Stuf aufgebaut worden ist und der Tag der versprochen worden ist und der bezeugte und der bezeugt wird der Prophet der bezeugte der Tag von Jumu'ah diesen Tag der Tag von Jumu'ah bezeugt für die jenigen die ihm geehrt haben die diesen Tag im Gebet und es zum Gebet gekommen sind die diesen Tag geachtet haben und das was bezeugt wird ist der Tag von Harafah der Prophet Muhammad die Erde insgesamt komplett wird am jüngsten Tag sprechen und sagen alles was auch ihr passiert wird deshalb das ist ein Aufruf und Hilfe für uns alle dass wir versuchen dass wir vorbereiten für uns Zeugnisse und Bezeugten und Zeuge die für uns das Gute bezeugen jeder wünscht sich an dem Tag dass die Hände und die Füße und die Häute und das Gehör und das Sehen und die anderen für ihn ein gut Zeugnis ablegen wo wir es am nötigsten ist so möge Allah uns ein guter Bezeugnis geben in die Zeit und jenseits möge Allah zu den Gehör lassen das hören und das Beste davon umsetzen dass die jenigen zu Vielen Dank. Vielen Dank.